Moin Leute, ich bin's wieder, euer SoldEye mit einem neuen Video. Und zwar geht die Season 8 ja jetzt los und ich wollte mal die Ranglisten abchecken. Weil 2002, da wo ich bin, wir kämpfen ja gegen den Server 2013. Moment mal, ich habe das Gefühl, meine Augenbrauen hier werden immer größer. Sorry. Okay, gut, Spaß beiseite. Okay, alles klar. Auf geht's. So, wir checken die Rangliste, weil wie gesagt, die Season 8 beginnt. Server 2002 gegen Server 2013. Und es ist noch ein anderer Server dazu, aber irgendwie finde ich die nicht in der Rangliste. Ich weiß nicht, ist das ein Phantom Server? Aber auf jeden Fall gehen wir erstmal hier oben links auf mein Profil. Auf Ranking. Und ich würde mal vorschlagen, wir fangen diesmal mit den Teams an. Ja, mit den Clans. Mit der Clan Power. Und wir sehen hier Gambling Addiction auf Platz 1 mit 32,2 Milliarden. Danach folgt Kill, da wo ich auch bin. Schöne Grüße gehen raus an die ganzen Leute. Wir schauen uns mal Gambling Addiction an. So, und was sehen wir hier? Alles klar. Okay, der 1,1 Milliarden macht, das ist schon krass, ne? Pin, äh, grüß dich Pin, ne? Falls du das siehst. Papa de Taco, ähm, ich glaube das hier ist Bang, ja? Äh, hier gibt's ja richtig Birdie, Biker, Flair. Oh, hier gibt's richtig viele. Komm, wir scrollen mal hier ein bisschen weiter runter. Vielleicht kenne ich hier ja noch ein paar andere. Damen, grüß dich. Momo, Maxtrum. Maxtrum, äh, pfff, Maxtrum, ich grüß dich. Ja, danke für deine Kommentare und, äh, ja, für den Kontakt, den wir haben. Ähm, richtig netter Kerl. Leider kämpfen wir gegeneinander. Aber du bist derzeit stärker als ich. Aber das kommt noch. Okay, gut. Ah, das sollte doch schon mal gewesen sein, ja? Wir wollen nicht so viel verraten, obwohl das kann ja jeder sehen, ne? Okay, danach kommen wir. Kill, ähm, oh, ja, alles klar, gut. Äh, Orca, da ist Optimus Prime, Bumblebee. Oh, da sind auch richtig gute. Also man, man, man sieht, 200002 hat, äh, viele gute Clans. Ähm, der Clan, äh, Gambling Addiction mag zwar auf den ersten Blick nicht so stark sein, ja, von der Zahl her, aber die haben viele, viele Clan-Mitglieder, die alle über 300 Millionen haben, ne? Äh, wird schwer. Wird schwer. Wird schwer. Okay, gut. Äh, Clan-Kills, äh, brauchen wir uns jetzt nicht so angucken. Ähm, Season Prosper, ja, das, äh, Gifts, äh, alles klar. Ne, wir gehen mal auf individuell und gehen mal auf die ganze Power und wir sehen natürlich, äh, Voldemort mit 1,4 Milliarden. Äh, Platz 1. Ähm, danach, keine Ahnung, ist das doch das grüne Männchen, ne? Days Gone, Fish, Troublemaker, Pin, ähm, Faba de Taco, äh, ich sag Bang, ich weiß nicht, ähm, Optimus Prime Pit, Black Widow, Slipknot, ah, hier, hier sind richtig, äh, Birdie, Pickle Turtle, samurai, ja, hier gibt's echt, aber die meisten kommen echt aus dem Server, 200002. Naja, gut, ich bin gespannt, äh, wie sich das Ganze so entwickelt. Zeusland, äh, grüß dich, Michi, grüß dich, ähm, ja, Rebecca, okay, Kucku, also wie ihr seht, Jeff Cheek, auch schöne Grüße an dich. Ähm, ja, die ganze Power, also alles ab 300 Millionen ist schon echt krass, ja, das heißt, die, die über 300 Millionen Power haben, die haben schon echt viel Geld investiert. Äh, bei den Kills, äh, oh, Pin, und Bang, Troublemaker, Voldemort, Days Gone, okay, ganz, äh, ganz schnell weg, weil sonst killen die mich auch. Ähm, Rathaus brauchen wir uns nicht angucken, Survivors, äh, da ist, oh, 85 Millionen, das ist schon echt krass. Guckt euch das mal an, er hat schon, äh, Helden auf Level 130 und Ezekiel auf Level 128. Das ist schon echt krass, das ist, kann ja, ich kann mich nur wiederholen, ja, das ist, ah, Bang, okay, er fängt auch gerade an, seine Helden, äh, aufzuleveln. Wir gucken mal bei Voldemort, äh, Wolli, wo bist du? Hier, ja, ist klar, ne? Wie geht das? Äh, das Update ist noch nicht lange draußen und zack, fast alle Helden auf 130. Wie funktioniert das? Kannst du mir mal, hast du einen Zauberstab oder was? Ich weiß es nicht. Voldemort, mein guter Troublemaker, auch, ich weiß nicht, kennt ihr euch alle untereinander und, äh, das ist echt Wahnsinn, also da komme ich nie hin. Fisch, okay, das reicht mir, Technologie brauchen wir uns auch nicht angucken, Rekruten, 34 Millionen, ein paar Pünktchen trennen, äh, den ersten Platz mit dem zweiten Platz, Voldemort. Fahrzeuge, ja, Voldemort, das habe ich gesehen, hat sich gleich das neue Fahrzeug gegönnt und ein paar Stunden später war das auf Maximum. Das kann aber nicht wahr sein. Guck mal hier, alles, äh, Maximum, Performance Maximum, äh, guck mal, SWAT Maximum, Gemüsekarre Maximum, der Battletruck Maximum, äh, das Feuerwehr, ohne Worte, ohne Worte. Das ist echt Wahnsinn. Und die Erstplatzierte hatte auch schon, äh, natürlich hat er die neun. Äh, warte, ich will, jetzt habe ich mich vertippt, so. Maximum, Maximum, hier ist alles auf Maximum, ich fall hier um, ich fall hier vom Glauben ab. Ähm, Troublemaker, hat er sich das auch schon geholt? Ja, natürlich hat er sich das auch schon geholt. Maximum, Maximum, äh, das ist, äh, ich weiß nicht. Äh, komm, wir gehen mal zu den Tieren. Und zwar gibt es ja jetzt Tiere mit 15 Skills und wir schauen mal, ob einige die 15 Skills erreicht haben. Hm, hier noch nicht. Aber ich weiß jemanden, und zwar ist das Days Gone. So, hier ein 15 Skills Husky. Ähm, das ist das nämlich, was ich meine, wer nach dem Update ganz am Anfang gleich getauscht hatte, gleich nach dem Update, der hat keinen höheren Multiplikator bekommen. Äh, übrigens, ich habe mich mit dem VIP, ich habe da alles, ich habe alles versucht, ich habe nichts zurückbekommen. Ähm, die stellen sich stur. Na, da kannst du machen, du hast einen Videobeweis, ja, wie im Fußball. Du hast deine, nee, komm, ey, das hat mich so gestresst, Thema beendet, ja. Ich weiß, ab und zu helfen sie, aber wenn sie einen Fehler einsehen sollen, dann helfen sie nicht, ne. Okay, aber egal, drauf geschissen. Okay, wie gesagt, er hat ein, äh, es, Maxed Husky, äh, mit 15,5 Millionen. Das ist echt krass. Ja, und ich bin abgerutscht. Ihr wisst, ich war auf Platz 50, jetzt bin ich auf Platz 202. Ich habe ja alles weggetauscht, eben aus dieser Rotze da. Aber na gut, Voldemort hat er ja schon losgelegt. Nee, noch nicht. Okay. Alles klar. Denn Entwicklung, äh, Geschenke, Charisma. Ja gut, das brauchen wir uns nicht angucken. Alles klar, Jungs. Also, wie sind die Rangliste durchgegangen und die ganzen Clans? Season 8 wird echt spannend, weil, äh, Server 200002 mag von den Zahlen zwar her, ähm, überlegen sein, aber ich glaube, 20.013, die haben richtig viele Spieler, wie gesagt, über 300 Millionen und das kann, äh, richtig, richtig Action geben. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Euer SoulEye. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.